Halli, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Civilization 5. Ja, das, äh, ähm, wir haben hier eine Einheitbeförderung. Ich mache jetzt mal mit Absicht, äh, auf heilen, weil, ähm, genau, ah, ja, wir haben unseren General, den stellen wir auf jeden Fall hierher. Genau, da, oh, hier kann man plündern, das ist schon mal schön. Äh, wir stellen uns auf und greifen schon mal... nicht die Stadt an. Warum auch immer es nicht geht. Ah, es geht. Wir leiden Schaden, aber ist mir egal. Hier unten ist auch noch so eine... kleine Kamp... wenn ich hier runtergehe, dann muss ich mal gucken, was ich da machen lässt. Ah, ich kann keine Karawanen beschießen. Ach, Mann, das... da kommt nicht so... Aber... es sieht schon mal gut aus. Wir haben schon mal die, äh, äh... oben die Stadt... Bank... Bank, Bank, Bank... Eine Einheit wurde getötet. Ah, eine Einheit wurde getötet. Ach ja, hier haben wir es doch. Verteidigung gegen... 50% Kampfstärke. Gegen Städte. Das ist natürlich nicht so toll. Ich glaube, jetzt geht's los. Ja... Annexieren. In general in die Stadt auf jeden Fall. Äh... Wir haben... Oh, ja... Ah, nee, das kann man ja nicht machen. Aber hier können wir was machen. Und zwar, dass du einen Schütten baust. Ah ja, ein Gerichtsgebäude, genau. Ähm... Wir haben annektiert. Wir haben keine Marionette erstellt. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen bisi-busi. Äh, bisi-bisi. Wir haben den oberen... Äh, da haben wir jetzt... ...quand rüber. ... 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 Das ist natürlich nicht gut. Gucken wir mal, gefällt dir das? Ich weiß auch, dass dir das gefällt. Ah, du bleibst mal hier oben, du heilst, du heilst auch, du machst nichts, du, achja, du kannst mal hier hingehen, dafür gehst du mal hierher, du gehst mal hierher, du gehst ja, du gehst mal hierher, ich weiß nämlich schon, dass da eine Polizeiwache, eine Bank, eine Bank, du gehst mal weg, du gehst mal hierher, du gehst mal hierher, genau, du hierher, genau, und du hierher. Hier unten sieht nämlich auch relativ, ähm, sagen wir mal, Armeereich aus. Oh, wir haben jetzt wieder Gold gekriegt, das ist schon mal gut. Wie viele Runden? Fünf Runden. Ah, meine Fregatte, juhu. Mal gucken, was hier sich so verbirgt. Ja, das sieht so nach verlorener Schlacht aus. Pff, wir haben die Musiker erst mal weggefetzt, dir. Pff, wir haben die Musiker erst mal weggefetzt, dir. Pff, ich muss mal gucken, was man hier so macht. Ah, ein Aluminium, Wasserkraftwerk. Äh, Wasserkraftwerk. Äh, großer Tempel. Komm, du machst erst mal eine Kaserne hier. Das, das ist schon ja unaussprechlich, was das hier ist. Warte mal. Kannst du nicht hier zurück? Nein, du kannst hier nicht zurück. Doch, du kannst hier zurück. Warte mal kannst du denn hier her. Natürlich machst du wieder nix. Oh, ja, du kannst mal hier her. Da habe ich jetzt eine Boll in der Festung gemacht. Ach, da machst du immer den platt. Das ist natürlich richtig gut gemacht hier. Stadtverbindung über Stadtverbindung. Hm. Die Bela ist gewachsen. Ich könnte mit denen ja erst mal Frieden verhandeln. Was hältst du denn davon? Aber Frieden, Frieden ist die Gefahr. Nämlich da ist die Gefahr ganz groß. Ob man da nicht, äh... Ob man da nicht erst mal... Oh, und... Klar, gerne immer auf den drauf. Äh, zack. Ähm, nicht tun. Genau. Oh, ja. 200. Ach, dieser Schütze. Ja, komm. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt vielleicht von selber ankommt und sagt, ja, äh, Friede, Friede. Das ist natürlich, äh, alles zu seiner Sache. Bei Troyes. Bei Lyon. Ähm. Eigentlich... Funktioniert doch alles, was ich... wie ich das möchte, oder? Ähm. Im Prinzip schon. Ähm. Ähm. Fregatte. Oh. Der hat natürlich eine Stärke von 45. Ähm. Komm. Ähm. Weil hier, äh, sieht nämlich schon ein bisschen nach... Was ist da jetzt? Der will doch etwa nicht da oben siedeln, oder? Ich hab... Ich hab... Irgendlandeinheiten und du haust jetzt bitte 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 ganz weit ab. Da. Äh. 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 Keine Zeit für Verhandlungen. Okay. Äh. Ich glaube, der, äh, äh, liebe nette Herr legst da etwas... So. Ich will es doch etwas drauf anlegen. Der hat sich da abgehauen. War ja natürlich klar. Na, na. Na, na. Ahhhh Gut, ja ja jetzt sind wir nämlich in der moderne kann man nämlich auch echt mit allen aufnehmen biologie und da brauchen wir auf jeden fall dynamit das mal hier rüber der hat auch die moderne erreicht das ist natürlich dschungel ja gut der versuch natürlich mit seinen ganzen träger natürlich alles zu kriegen deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen du wartest du tust auch nix ja du kannst ja hier runter kommen ja da nehmen wir die nächste runde und der unten sieht nämlich auch gerade richtig wunderbar aus stadtverbindungen eingerichtet ja geistgeber frankreich 200 gold alter schwede und da wird ich sagen war das für diese folge warten wir noch den rundenwechsel ab also der hat auch ein general und noktaka kann muss 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 ja kiesenland bleibt natürlich gastgeber war ja auch irgendwo klar aber du gehst bitte wieder zurück du gehst bitte wieder zurück und ich bedanke mich für zuschauen und ich sage erstmal tschüss ciao und auf wiedersehen bye bye